In diesem Video wird erläutert, welche groben Arbeitsschritte die Erstellung eines wissenschaftlichen Textes für das Studium beinhaltet und welche Herausforderungen für die Zeitplanung damit verbunden sind. Weil Abschlussarbeiten in der Regel die umfangreichsten Texte sind, die im Verlauf des Studiums verfasst werden, orientieren wir uns an diesem idealtypischen Beispiel. Die Ausführungen lassen sich aber auch auf die Erstellung der meisten schriftlichen Hausarbeiten gut übertragen. Wie Sie hier bereits sehen, werden wir sechs wesentliche Arbeitsschritte berücksichtigen. Im Folgenden werden wir uns die einzelnen Schritte einmal genauer anschauen, um den gesamten Arbeitsprozess besser zu verstehen und die damit verbundenen Herausforderungen für die Zeitplanung genauer zu erläutern. Wenn Sie die sechs Schritte durchlaufen haben, ist Ihre Arbeit fertig für die Abgabe. Beginnen wir nun mit dem ersten Schritt. Wer eine wissenschaftliche Arbeit verfasst, schreibt nicht einfach drauf los, sondern benötigt zunächst ein klar eingegrenztes Thema bzw. eine Fragestellung, die im Verlauf der Arbeit beantwortet werden soll. Die erste Arbeitsphase besteht also darin, entsprechende Ideen zu sammeln. Dafür ist es hilfreich, frühzeitig Kontakt zu potenziellen Prüfenden aufzunehmen und das Gespräch mit Ihnen zu suchen. Auch sollten Sie in einem solchen Gespräch die Rahmenbedingungen der Betreuung klären. Dabei werden Sie vermutlich feststellen, dass die Lehrenden Sie zwar fachlich und methodisch beraten, aber auch ein gewisses Maß an Initiative und Selbstständigkeit von Ihnen erwarten. Sie sollten sich also möglichst gut auf den Austausch mit den Lehrenden vorbereiten. Denken Sie beispielsweise darüber nach, für welche Inhalte und fachlichen Probleme Sie sich besonders interessieren. In welchen Bereichen Sie gut an solides Vorwissen anknüpfen können und wo allgemein Ihre fachlichen Stärken liegen. Sobald Sie das Thema für Ihre Arbeit gemeinsam mit Ihren Prüfenden eingegrenzt haben, sollten Sie sich gezielt über den aktuellen Forschungsstand informieren. Das heißt, Sie suchen nach Literatur, also nach unterschiedlichen wissenschaftlichen Publikationen, die Sie in Ihrer Arbeit zitieren möchten. In Einzelfällen können auch weitere Quellen wie beispielsweise aufgezeichnete wissenschaftliche Vorträge relevant sein. Bei der Recherche ist es wichtig, dass Sie systematisch und strukturiert vorgehen. Außerdem sollten Sie verschiedene Recherchekanäle wie Bibliothekskataloge, Fachdatenbanken und so weiter berücksichtigen. Denn die Qualität Ihrer Arbeit wird durch die Recherche maßgeblich beeinflusst. Es ist daher ratsam, ausreichend Zeit für die Recherche einzuplanen. Haben Sie ausreichend viele und passende Quellen gefunden, gehen Sie zum nächsten Arbeitsschritt über. Das heißt, Sie lesen die vorliegenden Texte und bereiten sie für die Weiterverarbeitung im Rahmen Ihrer eigenen Arbeit auf. Das können Sie beispielsweise tun, indem Sie Exzerpte, also kurze Zusammenfassungen erstellen. Mit Blick auf eine effiziente Zeitplanung ist es auch ratsam, die Texte vor dem Lesen nach Ihrer Priorität zu sortieren und selektiv zu exzerpieren. Das heißt, Sie fassen einen Text nicht unbedingt in seiner Gesamtheit zusammen, sondern konzentrieren sich auf die Inhalte, die für Ihre Arbeit relevant sind. Bei der Organisation Ihrer Literatur und der dazugehörigen Notizen können Ihnen Literaturverwaltungsprogramme wie etwa Citavi helfen. Im Verlauf des Leseprozesses werden Sie feststellen, dass Sie sich immer besser in der Forschungsliteratur zu Ihrem Thema zurechtfinden und eine konkrete Vorstellung davon gewinnen, wie Sie Ihre eigene Arbeit strukturieren können. Spätestens jetzt sollten Sie diese Gedanken fixieren, indem Sie einen Gliederungsentwurf erstellen. Dies erfolgt für gewöhnlich in mehreren Überarbeitungsschleifen. Auch hierbei ist es ratsam, das Gespräch mit Ihren Prüfenden zu suchen und Sie um ein Feedback zu bitten. So vermeiden Sie, dass Sie erst beim Schreiben gravierende Mängel in der geplanten Argumentationsstruktur entdecken. Der Austausch mit KommilitonInnen kann Ihnen zusätzliche Sicherheit geben. Nun geht es an den Kernprozess der Erstellung einer Abschlussarbeit, denn auch wenn Sie die Inhalte gedanklich schon gut strukturiert haben, müssen Sie diese noch in einen Fließtext bringen. Ähnlich wie das Erstellen einer Gliederung erfordert auch der Schreibprozess in der Regel mehrere Überarbeitungsschleifen. Lassen Sie sich also nicht verunsichern, wenn Sie nach dem Schreiben eines Textabschnitts nicht gleich mit der ersten Fassung zufrieden sind oder wenn Sie zu Beginn nur langsam vorankommen. Sie können davon ausgehen, dass Sie mit der Zeit an Sicherheit gewinnen und schneller werden. Trotzdem ist es auch hier ratsam, sich konstruktives Feedback zu den Textentwürfen einzuholen, beispielsweise von KommilitonInnen, Freunden oder Familienangehörigen. Ihre Prüfenden stehen zwar für Rückfragen zur Verfügung, aber in der Regel wollen und dürfen Sie sich zu diesem Zeitpunkt nicht mehr detailliert zu Ihren Textentwürfen äußern, denn Abschlussarbeiten sollen ja weitgehend selbstständig erstellt werden. Das Schreiben und Überarbeiten eines wissenschaftlichen Textes kann sich manchmal wie ein endloser, mühsamer Prozess anfühlen. Irgendwann werden Sie aber den Punkt erreichen, an dem Sie weitgehend zufrieden sind oder zumindest bald abgeben müssen. Nun wird es Zeit für den Feinschliff. Dazu gehören Arbeitsschritte wie die finale Korrektur des Textes, die Überprüfung des Layouts und natürlich das Drucken und Binden der Arbeit. Vor allem die Zeit für den letzten Korrekturdurchgang sollten Sie nicht unterschätzen, da Sie hierbei von der Arbeitsgeschwindigkeit einer oder mehrerer weiterer Personen abhängig sind. Klären Sie also möglichst frühzeitig, wer für diese Aufgabe in Frage kommt und wann diese Personen Zeit haben. Von der Idee, den eigenen Text ausschließlich selbst Korrektur zu lesen, ist eher abzuraten. Der Grund ist, dass man mit der Zeit eine gewisse Betriebsblindheit entwickelt und Kleinigkeiten wie Tippfehler oder Rechtschreibfehler im eigenen Text nicht mehr wahrnimmt. Bevor wir uns dem Thema Zeitplanung widmen, fassen wir noch einmal zusammen. Die groben Arbeitsschritte für die Erstellung einer Abschlussarbeit sind erstens Thema und Fragestellung definieren, zweitens Literatur und weitere Quellen recherchieren, drittens Literatur lesen und aufbereiten, viertens Inhalte strukturieren bzw. gliedern, fünftens Schreiben und überarbeiten, sowie sechstens Feinschliff und Fertigstellung. Möglicherweise wird Ihnen bereits aufgefallen sein, dass dieser Ablauf eher typisch ist für theoretische, also rein literaturbasierte Arbeiten. Wenn Sie eine empirische Arbeit schreiben, das heißt selbst Daten erheben und auswerten, dann bleiben die genannten Phasen bestehen. Sie werden aber um zusätzliche Phasen ergänzt, etwa die Erstellung von Fragebögen, die Berechnung statistischer Tests und so weiter. Im Rahmen dieses Einführungsvideos beschränken wir uns allerdings auf die genannten Kernprozesse. Die wesentlichen Herausforderungen für die Zeitplanung ergeben sich nun aus der Tatsache, dass die Arbeitsschritte zwar in eine etwaige Reihenfolge gebracht werden können, dass diese Reihenfolge aber nicht so klar und eindeutig ist, wie vorausgehend dargestellt. Das hat zwei wesentliche Gründe. Erstens ist der Bearbeitungszeitraum für Abschlussarbeiten durch die jeweilige Prüfungsordnung vorgegeben und meist recht knapp bemessen. In einigen berufsbegleitenden Studiengängen etwa haben die Studierenden sechs Wochen Zeit, um eine Arbeit im Umfang von rund 40 Seiten zu schreiben. Wenn Sie überlegen, wie lange Sie sich für die einzelnen Schritte am liebsten Zeit lassen würden und konsequent einen Schritt nach dem anderen erledigen, dann werden Sie vermutlich feststellen, dass Sie den vorgesehenen Bearbeitungszeitraum deutlich überschreiten würden. In anderen Studiengängen ist die Bearbeitungszeit vielleicht länger als sechs Wochen, aber es wird ein größerer Umfang erwartet oder die Erstellung der Arbeit ist mit weiteren Schwierigkeiten, wie einer Datenerhebung, verbunden. Es wird also deutlich, dass Sie einige Dinge parallel erledigen müssen. Die Arbeitsschritte überschneiden sich. Der zweite Grund ist, dass die Erstellung einer Abschlussarbeit ein sehr komplexer Prozess ist. Damit ist gemeint, dass einzelne Arbeitsschritte möglicherweise mehrfach durchlaufen werden oder ein häufiger Wechsel zwischen zwei Arbeitsphasen stattfindet. Der Arbeitsschritt der Literaturrecherche ist ein gutes Beispiel dafür. Sicher wird der wesentliche Teil der Recherche nach der Themenfindung und, logischerweise, vor dem Lesen der Texte erfolgen. Allerdings werden Sie auch schon bei der Suche nach einem geeigneten Thema den ein oder anderen Text suchen und zumindest überfliegen müssen. Und während der eigentlichen Lesephase stellt man häufig fest, dass es noch weitere wichtige Texte gibt, die einem bislang nicht bekannt waren. Der Rechercheprozess wird dann vorübergehend wieder aufgenommen. Enge Zusammenhänge ergeben sich auch mit Blick auf den Arbeitsschritt Inhalte strukturieren bzw. gliedern. In der Regel beginnt man bereits während der Lesephase damit, einen ersten Gliederungsentwurf anzufertigen. Und es kommt häufiger vor, dass die Gliederung auch während des Schreibprozesses noch minimal angepasst werden muss. Als Zwischenfazit halten wir fest, einerseits ist eine gewisse Chronologie der Arbeitsschritte zwingend erforderlich. Ohne klar definierte Fragestellung beispielsweise könnten alle weiteren Arbeitsschritte kaum zielführend erledigt werden. Andererseits besteht die Notwendigkeit, phasenweise mehrere Dinge parallel zu tun und im gesamten Prozess flexibel zu bleiben. Das erfordert auch, dass sie gewisse Zeitpuffer einplanen, damit sie unvorhergesehene Probleme souverän bewältigen können. Wie der ideale Zeitplan für die Erstellung einer wissenschaftlichen Arbeit aussieht, hängt nicht nur vom Thema der Arbeit und den formalen Vorgaben ab, sondern auch von den persönlichen Arbeitspräferenzen. Einige Studierende beginnen vielleicht früh mit dem Schreiben und nehmen dafür in Kauf, dass sie mehrfach recherchieren, lesen und überarbeiten müssen. Andere Studierende recherchieren, lesen und strukturieren zunächst sehr intensiv und gründlich, beginnen dafür aber später mit der Ausformulierung des Textes. Selbstverständlich können unterschiedliche Strategien zum Erfolg führen und auch erfahrene WissenschaftlerInnen folgen nicht alle derselben Herangehensweise. Versuchen Sie aber darauf zu achten, dass Sie den Schreibprozess nicht zu lange hinauszögern. Dies könnte dazu führen, dass Sie gegen Ende der Bearbeitungszeit nervös werden und eine Schreibblockade bekommen. Auch wenn es nicht den idealen Zeitplan für die Erstellung einer Abschlussarbeit gibt, ist es doch ratsam, sich einen Zeitplan zu erarbeiten, der zu den individuellen Arbeitspräferenzen und den gegebenen Rahmenbedingungen passt. Daher möchte ich Ihnen im Folgenden den sogenannten Balkenplan als ein Instrument vorstellen, das sich gut für die Strukturierung komplexer Arbeitsprozesse eignet. Wie der Name schon sagt, werden in einem Balkenplan die Zeitphasen für die einzelnen Arbeitsschritte als Balken dargestellt. Dieses Schema haben Sie bereits kennengelernt. Dabei haben wir uns zunächst aber noch keine Gedanken über die geplante Dauer der Schritte gemacht. Diese kann man nämlich durch die Länge der Balken darstellen. Auch im Projektmanagementbereich wird mit solchen Plänen gearbeitet, die dann häufig sehr komplex sind. Sie werden auch als Gant-Diagramme bezeichnet. Zur Veranschaulichung zeige ich Ihnen nun einige Screenshots aus dem Tabellenkalkulationsprogramm Excel. Dort habe ich die grobe Struktur für einen Balkenplan zur Erstellung einer Abschlussarbeit vorbereitet. Der Aufbau des Balkenplans ist ganz einfach. In der ersten Spalte werden untereinander die einzelnen Arbeitsschritte aufgeführt, die im Prozess durchlaufen werden. Oben erscheinen die Schritte, die tendenziell zuerst erledigt werden müssen, unten die Schritte, die eher gegen Ende anstehen. So ergibt sich bereits eine grobe Reihenfolge. Ich habe hier einfach die sechs Arbeitsschritte eingetragen, die ich vorausgehend beschrieben habe. Natürlich können Sie auch noch viel detaillierter vorgehen und das Ganze in kleinere Schritte aufgliedern. Mir geht es hier jedoch nur um eine schematische Darstellung. Nun gilt es noch festzuhalten, wann genau Sie sich um welchen Schritt kümmern möchten. Dazu wird der gesamte Zeitraum, der Ihnen zur Verfügung steht, in kleinere Zeiteinheiten unterteilt und in den weiteren Spalten dargestellt. Wie Sie an einem vollständigen Blick auf den Balkenplan sehen, bin ich hier von sechs Wochen Bearbeitungszeit ausgegangen. Es sind also 42 Tage. Von den 42 Tagen ziehen Sie zunächst einige Tage ab, die Ihnen frei zur Verfügung stehen, beispielsweise für eine kleine Auszeit. Die entsprechenden Tabellenfenster sind hier grau eingefärbt. Wichtig sind vor allem die ausgesparten Tage am Ende des Bearbeitungszeitraums. Denn wenn Sie hier bis zum letzten Tag durchplanen würden, hätten Sie keine Möglichkeit mehr, auf unvorhergesehene Verzögerungen und Probleme zu reagieren. Alle grau gefärbten Felder bzw. Tage dienen also zugleich als Zeitpuffer. Die eigentliche Zeitplanung erfolgt dann, indem Sie in den Zeilen für die Arbeitsschritte diejenigen Tage markieren bzw. einfärben, in denen Sie sich um die jeweiligen Schritte kümmern möchten. Die gelb eingefärbten Felder markieren nun die geplante Vorgehensweise. Sie bieten während der Bearbeitungszeit eine hilfreiche Orientierung, um zu überprüfen, wie gut Sie vorankommen. Während ich hier zur Veranschaulichung Farbfelder über den Screenshot gelegt habe, können Sie das auch direkt in Excel vornehmen. Dafür wählen Sie ganz einfach eine Füllfarbe für die jeweils relevanten Zellen aus. Selbstverständlich ist diese Darstellung nur ein Beispiel. Wie Sie sich Ihre Zeit sinnvollerweise einteilen, entscheiden Sie selbst unter Berücksichtigung der gegebenen Rahmenbedingungen und Ihrer persönlichen Arbeitsweise. Der Balkenplan soll Ihnen ja als Unterstützung dienen und Sie nicht zusätzlich unter Druck setzen. Und Zeitpläne sind nicht in Stein gemeißelt. Natürlich sollten Sie Ihren Plan gut durchdenken, kleine Anpassungen lassen sich aber auch im Arbeitsprozess noch vornehmen. Dennoch werden hier drei weitere Aspekte deutlich, die bei der Erstellung eines Balkenplans für Abschlussarbeiten eigentlich immer zu bedenken sind. Erstens sind zu Beginn des Bearbeitungszeitraums nur wenige Tage für die Definition von Thema bzw. Fragestellung vorgesehen. Der Grund dafür ist, dass Sie Ihr Thema ja schon vor Anmeldung der Abschlussarbeit mit Ihren Prüfenden grob abstimmen. Zweitens sehen Sie hier die bereits angesprochenen Überschneidungen zwischen den einzelnen Arbeitsschritten. Und drittens ist in dem Plan nicht dargestellt, dass einzelne Arbeitsschritte zwischendurch möglicherweise noch einmal aktiviert werden müssen. Als Beispiel dafür hatte ich gerade schon einmal das erneute Recherchieren während der Lesephase erwähnt. Diese Einzelheiten zeichnet man in der Regel nicht ein, weil man ja nicht vorhersehen kann, ob und an welchen Tagen das nötig sein wird. Darauf eingestellt sein sollten Sie aber in jedem Fall. Wenn Sie Ihren Balkenplan nicht in einem Standardprogramm wie Excel erstellen möchten und eine etwas flexiblere Darstellung bevorzugen, dann können Sie auch online auf ein entsprechendes Taskmanagement-Tool zurückgreifen. Ein Beispiel dafür ist senkit.com. Die Website wurde von einem Unternehmen in Deutschland entwickelt und wird auch dort gehostet. Für die Planung einer Abschlussarbeit dürfte die kostenfreie Version Senkit Personal ausreichend sein. Sie bietet verschiedene Ansichten, um anstehende Aufgaben zu strukturieren. Darunter auch den Balkenplan, der dort als Gant-Diagramm bezeichnet wird. Weil man sich in den Basisfunktionen des Tools sehr schnell selbst zurechtfindet, möchte ich an dieser Stelle nicht näher darauf eingehen. Egal für welches Programm oder Tool Sie sich letztlich entscheiden, wichtig ist, dass es hinsichtlich seiner Funktionen und Nutzungsbedingungen Ihren Vorstellungen entspricht und Ihnen den Arbeitsprozess erleichtert. Fassen wir abschließend noch einmal zusammen, was wir in diesem Video gelernt haben. Die Erstellung einer Abschlussarbeit kann in sechs Arbeitsschritte unterteilt werden. Diese Arbeitsschritte lassen sich zwar in eine grundlegende chronologische Abfolge bringen. Es gibt dafür aber auch Einschränkungen. Denn aufeinanderfolgende Arbeitsschritte überschneiden sich in der Regel, sodass mehrere Dinge gleichzeitig erledigt werden müssen und es ist möglich, dass einzelne Schritte im Verlauf der Bearbeitungszeit mehrfach durchlaufen werden. Übersichtlich visualisiert werden kann die Zeitplanung in Form eines Balkenplans. Für die Erstellung eines solchen Balkenplans eignet sich beispielsweise eine einfache Excel-Tabelle. Alternativ können Sie auch spezielle Task-Management-Tools nutzen. Als wichtigste Erkenntnis halten wir fest, dass es nicht den perfekten Zeitplan gibt. Das heißt, es sind einige Faktoren zu berücksichtigen, die einen Einfluss auf die Organisation des Arbeitsprozesses haben. Zu diesen Faktoren gehören Ihre individuelle Arbeitsweise, Ihre persönlichen zeitlichen Rahmenbedingungen, die jeweiligen Vorgaben in Ihrem Studiengang und natürlich die Komplexität der Fragestellung Ihrer Arbeit.